Hey Leute, ich bin wieder da. Ja, wir waren hier und wollten noch die restlichen Sachen machen hier in Heimkurs, bevor wir zum Vollenstrand und nach Herbstfeld gehen. Mein Deutsch ist jetzt ein bisschen scheiße. Naja, zu spät, gekühlt, ich bin müde. Naja, ihr wisst ja wie das ist. Fuck! Weil ich so lange nichts mehr gemacht habe, ich hatte keine Lust und habe mit einer Freundin, mit einem Scro-Fan, meine Besten, habe ich auf Beybladebattle.com gebattalt und das war sowas wirklich scheiße geil. Vor allem in der Vulkan-Arena. Das war so scheiße geil. Ich brauche hier 12 Parts bis ich mit Heimkurs fertig bin. Ey, das ist deppert. Ich muss mich konzentrieren. Aua. Okay, aber jetzt ganz konzentrieren. Okay, jetzt ganz konzentrieren. Dann die Gauschen ein. Genau, dazu gut so. Gute sind da gut so. Mit Sinner-Mensch-Misch-Misch-Sparrow. Fehlen mir noch welche? Oh, oh, nee, 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 nee. Zwei. Scheiße, Edelstanne. F-Fuck. Wo sind die? Wo sind die? Shit. So eine Scheiße, Maat. Maaam. Ey. Was soll das? Zwei Scheiße, verfickst in den Stamm. Oh, da gibt's das auch. Oh, da gibt's das auch. Oh, das ist auch ein Gegner. Ja. 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 Nur mit der letzte Kugel. Wo war die sonst noch? Ja. 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 Nicht wahr, mir. Ach, Mensch. Hallo. Oh, Mensch. Oh, Mensch. Ah, TV, TV. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Ich glaub's nicht. Komm schon. Letztlich nach Sonnenstrand. Ich will die Sonne wieder sehen. Wenn du die Blitzsteine ersetzt, komm die Liebe raus, so dass du sie fangst. Hier. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Was ist denn da gewesen? Wann die kommen? Das kann dauern Muss Schluss nicht machen